So. Ja, super, da ist der Schalter und dafür muss ich ihn besiegen. Hallo! Hallo, mach mal hinne! Hallo! Was willst du denn? Gleich. Gleich, aber da war's. Greif doch mal in die Richtung an, in die ich lenke, Junge. Super, ja. Aber jetzt sind wir hier, die Stelle, die ich so hasse. Bringt nix. Bringt nix. Oh, ihn halten Ringe auf. Meine Fresse, ist das langweilig. Ihn halten tatsächlich Ringe auf, so wie es aussieht. Und dann auch noch Fake-Ringe. Das ist bitter, Junge, das ist bitter. Und du hast nen großen Hammer und denkst, du bist toll, ey, ja, nee, ist klar. So, ja, jetzt geht's los. Ja, ich hab ne Unterfahre-Kanone! Was ist das für ein Kack? So. Jetzt wird's nämlich richtig amüsant. Nein, was? Das ist jetzt auch egal. So. Das ist ganz lustig, was ich machen muss. Ich mach das jetzt am besten so. Indem ich... Also, indem man... Man muss... Indem die Gegner auch noch wiederkommen, was auch total lustig ist. Und ihr seht, ich kann's ja so nicht besiegen. Oh, mega, du dummes... Ja, nee, ist... Ich find das dumm. Sau dumm. Jetzt darf ich den Rotz nochmal machen. Tüllig. Ey, treff diesen dummen Schlüssel. Den verliere ich sowieso wieder. Ey, meine Fresse. Ich brauch anscheinend echt für vier Level. Und zwei Bosse brauch ich insgesamt eine Stunde Aufnahme. So viel werde ich benötigen. Bin ja jetzt schon bei 45 Minuten Aufnahme. Was hast du denn gemacht? Ey, ich kriege einen Anfall. Was ist das? Du stirbst doch. Na, endlich. Danke. Ich mein, hallo. Wieso springt der hoch? Der sollte das Rail wechseln. Ich hab noch nie so einen... dummen Rail-Action gesehen. Das ist dämlich. Und ich bin's leid, immer wieder denselben Part zu sehen. Deswegen hasse ich I Wanna Be The Guy. Hört's mich einfach an, kotzt, wenn ich immer wieder denselben Raum sehe. Und an derselben und selben und selben und selben und selben Stelle verrecke. Dieser Laser ist anscheinend davon bedämlich. Das ist ein Laser-Pattern. Look out! So. Ach, das ist so cheap-ass. Ach, das ist so cheap-ass gemacht worden. Gut zu wissen. Jetzt weiß ich ja, dass Sega böse ist. Wo gehst du eigentlich hin? Omega, du machst dich bei mir echt unbelebt. Ey, Omega macht dich bei mir echt unbelebt. Mit seinem... Ich schlag einfach dahin, wo es sonst nix... Shadow, was sollte das jetzt gerade schon wieder? Schon wieder mich töten, oder wat? Scheint dir ja Spaß zu machen. Da, da, da sind denn da... Was ist so? So, fahrt zur Hölle. Wo ist überhaupt mal wieder ein Safe-Point? Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. So, jetzt fahrt ihr alle zur Hölle. Im Sinne mehr zum Schrotthaufen. So. Der fällt einfach nur. Dumm. Einfach dumm. Oh, mein Gott. Schlag zu. Komm. Ja, ich wurde von hinterrücks getroffen. Welcome by Sonic Heroes. Fall um. So. Jetzt machst du den Schalter rein. Und gehst da verdammt nochmal hoch. Jetzt müssen wir irgendwie einen Plan haben, weil die Roboter kommen ja immer wieder. Ich meine, hier. Jetzt kommen sie ja. Hier habe ich ja kein Problem. Ich habe Omega. So, wenn ich jetzt einen hier parken könnte, kann ich. Aber sobald ich es so mache, ist nur Shadow da. Oh, mein Junge. Muss ich überhaupt Schalter nochmal drei. Super, das wissen wir ja nicht. Oh Gott, nein. Scheiße. Halt's, Maul, Mädel. Halt's, Maul. Nein. So ist hier. Da. So, aber wo ist jetzt der Dritte? Ah, ich kann das auch alleine. Ich brauche euch gar nicht. Halt's. Aber wo ist der Dritte? Wo ist der Dritte Schalter? Naja, die Gegner sind ja weg damit. Ach, da ist er. Aktiviert. Oh, geschafft. Und jetzt will ich einen Savepoint. Aufwärts. Äh. Hallo? Meine Fresse. Geh doch mal da hoch. Los, hoch. Mann, er ist wieder hier hin. Ey, wie dämlich. So. Das ist eine saublöde Levelkonstruktion, muss ich sagen. So, jetzt aber. Töten, töten. So, und jetzt. Was? Wisst ihr was? Hier, ihr könnt nicht mal. Ich will einen Savepoint. Bevor wieder irgendwas kommt und mich tötet. Und mich vom Rail haut oder sowas. Wir wissen ja alle, wie das Spiel gerne mal ist. Oh Gott. Ne, weißt du, ich mach hier alles. 50 Minuten für 4 Level und 1 Boss. Ich darf jetzt nur nicht mehr sterben, ey. Ich darf jetzt nur nicht mehr sterben. Sonst platzt mir echt der Kopf. Oh nein. Was zur. Ja, ihr habt nur Bazookas. Ihr könnt nicht mal. Wo zählst du? Wieso schießt du nicht? Ich finde es immer wieder gut, die Mechanik des Spiels. Dass sie immer genau auf das reagiert, was ich momentan machen muss. Und dabei immer schön die Ironie hat. Pass mal auf, der fällt jetzt. Ja, sei doch hierhin. Ich hab ihn berührt. Oh mein Gott. Ich werde sterben. Wie sollte ihm die Maschine... Wieso rieche ich mich überhaupt noch auf über dieses Dumme Game? Na, verreckt doch. Ja, mach mal, ey. Das dauert ewig. Ich bin jetzt schon... Allein schon für das Level brauche ich knapp. Da brauche ich 10 Minuten. Da werde ich auch 10 Minuten verbrauchen. Was kommt jetzt? 10 davon? Wieso freue ich mich so doof, ey? Ich logge erstmal Mr. Fuck Fresse hierher. Wenn ich mich erstmal in die Kümmern kann. Wo rennst du schon wieder hin, ey? Oh mein Gott. Du fängst echt an, mir auf den Zeiger zu gehen. Na los, los. Komm. Fick dich. Werden jetzt nämlich wieder Schaden, weil ich von irgendwas getroffen hätte? Oder gar nicht. Jetzt nimmt er da... Jetzt nimmt er... Ja, toll. Moment mal. War die schon die ganze Zeit da? Ey, was... Ja. Wer hatte jetzt Angst davor? Wer hatte Angst, die Plattform zu berühren? Ah, ich habe da sogar vollen Team-Blast bekommen. Das ist jetzt... Da, drei schon wieder. Wie ich das hasse.